Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Hunt Showdown Zusammelschnitt. Wir sind gerade am Boss und ich werde einmal hier gekillt in einem Kampf und das nächste Mal schlecht, falsch, wiederbelebt. Habe ich mich, nachdem ich dann nochmal wiederbelebt wurde, entschieden. Ach, ich gehe jetzt mal Roman und das hat dann doch geklappt. Vollschnittzern. Headshot. Jetzt da dein Hau, es gibt drei. Vergiftet. Wir haben dann schnell noch das Bounty geklatscht, um unsere Balken wieder aufzufüllen und dann ist schon das Gegnerteam mit deren Bounty gekommen und da ging es nochmal ab. Okay, der eine von denen hatte Gift Immunity. Nope, hatte der nicht. Der ist einfach in der Gift-Wolke stehen geblieben und hat mich noch mitgenommen. Ich glaube, der ist verblutet? Links, hinter dir. Jetzt gehen wir in der Runde, wo mein guter Freund Benni mitspielt. Benni ist auch immer auf Twitch, wenn er was spielt. Unverdingt. Ich dachte, die Schüsse werden... Doch, ich wollte gerade sagen, da war noch welche näher außen. Achtung, Rahmen rechts, nicht auf den Astretten. Beatles. Robin. Danke. Alter, ich bin so schlecht da, wenn Beatles zu treffen. Wir waren gerade hier. Wir sind rechts dran, vielleicht. Schieß mal Gift hin. Da ist jemand auf dem Haustach. Also komplett Südwest. Nice. Da war hier fast drin. White shot. Wir haben einen Baum. Hab ihn... Da ist noch einer. Mich hat einer. Was? Oh, ich hab ihm... Nein, das ist eine Wanne am Shot. Belastend. Der dürfte noch vergiftet sein. Schneller wäre es, ja. Alle tot von den Gegner? Nein, 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 nein. Da ist noch einer. Ungefähr vorkalen Shot. Hast du Gift, äh, gegen Gift geschwitzt? Ich hab einen gegen Gift. Ich hab gegen Gift geschwitzt, ja. Falls du nicht wolltest. Pass auf, da ist noch überall Gift. Ja. In die Sekunden Wolken. Ja, da war der Cut. Ja. Ich, äh, ich muss gerade nachladen. Au. Fuck die vom anderen Muscheln. Ich bin Ciano nachher bis heute. Ich hab ihn einmal gehittet. Uns beiden. Er ist low. Ich bin im Haus. Komplett woanders krieg ich auch Hits. Von hinter uns sind auch Leute. Entrohlt. Er war halt auch überall Gift. Konne ich nirgendswo durchlaufen. Ja. Das ist Karl Schuld. Hehehe. 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 Ein Heads. Ah, hab einen. Wie viele Crown King Autoshots hat der ausgehalten? Ab einen. Ich auch. Noch einer? Ja, äh, südlich. Ich muss Waffe wechseln. Wo ist, äh, den den du gekillt hast? Äh, mehr in seine Richtung. Oh, sorry. Kannst du nochmal schauen wo der ist? Oh, einer da und drei im Südwesten. Oh, fuck. Wenn ja, du wirst wieder belebt. Ich hab keinen Heal mehr. Nee, was geht denn? Doch, da hast du Spritzen. Ja, Spritzen. Ja, wir könnten auch dippen. Um ehrlich zu sein. Nach... Da irgendwo. Hier nach hinten. Weg. Uh. Oh shit. Das ist schon mal besser wie den als hier lang zu laufen. Alter, ich häng in dem Boot drin. Ja, auf dem Boot zu hängen. Oh. Okay. Bin ich schon weg. Ja, wir sind raus. Und jetzt eine Duo Runde, wo wir zu zweit in einen schon stattgefundenen Kampf etwas später reingehen. Hey, wie ist das keine Hitze? Ich guck die Typen direkt an. Hit. Oh Gott. Habe ich noch. Nice. Das war der. Da fehlt noch einer. Der mit dem Suppressor. Von wo? Ja, neun Meter. Also direkt neben mir. Er sieht dich. Ich seh nicht da. Ich seh nicht da. Mein Gott. Bei dem ich bin. Aufm Baum. What? Im Baum. What? Wir sind der da hingekommen. Wo? Wer ist der Schuss? Äh. Die sind quasi da vorne. Oder? Wir sind glaub grad gerade da vorbeigelaufen. Ne, ne. Da ist ein Zombie dran. Sicher? Ja. Ne, ich glaub da ist. Auch wir am Tor. Komm rein. Einer war links davon. Zwei sind links davon. Einer ist da an der Tür. Puh. Ich hab den Floh nicht gesehen. Nachdem wir dieses eine Team hier einigermaßen sehr viel weggemacht haben, kam direkt ein neues Team, das von den Schüssen angelockt wurde. Wo ist denn die dritte von denen? Und dann liegt hier. Einer da. Dritte. Äh. Hier. Oh. Headshot. Wo? Da auf der Brücke. Der Schuss ging an mir vorbei. Äh. Einer am Westen irgendwo. Oh shit. Da, ja. Ich will nicht mehr oben sein. Ganz schlechte Idee. Für dir? Äh. Da hinter irgendwo. Seinen Ebengarten. Einer ist hier hingerannt. Ich hab ihn getroffen. Ich hab ihn getroffen. Wo ist denn Haus? Uh, 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 uh. Jetzt sind wir noch zwei. wie du bist nicht tot aber das sind mehrere ein neues team und ein anpasst mich in meiner nähe Ah, was? Ah, ich hab einen mitgenommen. Der andere war oben. Ah. Ah. Oh die. Einfach alle Teamstar. Ja. Ah, das ist ja ein Moment, ich kann es. Oh nein. Oh wow, sieht so aus als hättest du mein Video so lange ausgehalten, dass du die Endkarte erreicht hast. Hier werden dir weitere von meinen Videos auf der rechten Seite empfohlen und falls ich es im Video vergessen habe, danke fürs Zusehen.